Entscheidend ist, dass überall dort, wo russische Geschäftsinteressen betroffen sind, in aller Tiefe und in aller Breite und vor allem so lange wie nötig Sanktionen greifen, wirksame Sanktionen, unblutiger Widerstand gegen blutigen Krieg und jede Woche haben wir Sanktionen nachgeschärft und wir werden sie weiter nachschärfen, solange das nötig ist. Und noch die Frage, schätzen Sie Putin als Mörder? Es ist ganz klar, dass ein Krieg, der nicht konventionell geführt wird, sondern sich gegen die Zivilgesellschaft richtet, dass das auch etwas ist, das Kinder, Frauen und Männer betrifft, die zu Tode kommen, die sterben und selbstverständlich habe ich hier den Worten, die der US-Präsident vor einiger Zeit zu diesem Thema gesagt hat, nichts hinzuzufügen.